Ja, der Bogen ist halt mega stark. Der ist richtig cool. Ich habe da jetzt 19 Pfeile oder so und ich habe noch 16 Federn auf Abschlag. Das Vogelhäuschen ist ja nice. Schau mal, ich habe jetzt Schuhe hart. Nice. Er macht so ein Garnischen-Felg noch. Die Federn wird da, also das müssen wir jetzt in der Nähe vom Steg auch machen. Also den Formtiefelder nicht fällt. Leute, du trägst das Vieh schnell rauf. Alter. Komm schnell hoch. Das war das, was ich gemeint habe. Alter. Jetzt geht's los. Noch eins. Hinter dir. Das ist aber ein anderes. Alter, das kann springen. Alter. Der hat einfach unser scheiß Baumhaus zerfickt. Das ist down, das ist down. Okay, Pfeile einsammeln. Ja, nimm dir. Ich habe mir ein paar genommen. Der hat einfach unser scheiß Baumhaus zerfickt. Wo bist du, du Arschloch? Okay, der ist down. Alter. Alter, der stürmt. Warte. Warte. Geht? Hallo, du Nigga. Get up. Stirb. Alter, schwer. Piu. Okay, es ist down. Oh mein Gott. Okay, unser Baumhaus ist weg. Oh, fuck. Da hängt bei dir das Lager voll auch in der Lange. Ja. Alles klar. Unser Baumhaus ist weg. Alter, ein fucking Baumstamm bleibt übrig. Ja, ich habe da auch noch ein paar schon ins Lager gemacht. Weißt du, kann man die eigentlich killen, indem ich einfach reinschieze? Willst du ich mal testen? Ja, mach mal. Bestimmt. Nö. Juckt ihn nicht. Kann man vielleicht zu? Nö, du machst das nur kaputt. Das heißt, wir müssen die da irgendwie rauskriegen, aber irgendwer muss sie auch töten. Ja, Moment, Moment, Moment. Hm. Ich weiß was. Ja. Heimlich. Du was. Aber du willst sie einsperren, oder was? Oder ich. Alter, ohne Spaß. Der Hans Klaus, der war ja mega krank. Der war richtig übel. So hat ihn Kronk immer genannt. Muschi Klaus. Ich schaue euch mal kurz, ob man da irgendwie ein Geschlechtsorgan sehen kann. Ja. Ich glaube, das schaut danach aus. Ich bin mir zumindest... Naja, ich meine... ...hat schon Ähnlichkeiten. Ich bin kein Arzt, aber... ...komm mal her und schau dir das an. Wird schon sagen. Oder? Hat schon Ähnlichkeiten, oder? Hat schon Ähnlichkeiten, oder? Hat sich's. Oh mein Gott. Hat schon Ähnlichkeiten. Scheiße. Das vorher können wir uns auch nicht mehr wegtun, oder? Nö. Scheiße. Läuft. Das ist so ein Baby. Ist es tot? Ja. Alter, das sind die Babys. Oh Gott, im Himmel. Alter, da ist noch irgendwo eins. Echt? Ja, ich hab's gerade mal angehört. Ist die Falle fertig? Wir müssen hier weg. Ja, so mehr oder weniger. Scheiße, Mann. Jetzt trockne doch. Ja, vielleicht bekomme ich die da ein bisschen... Alter, wir müssen aus dieser Scheiße-Öle raus. Ja, so mehr oder weniger. Das ist, glaube ich... ...besser wie gar nix. Hast du die Waffe? Ja. Okay, ist nicht schlecht. Alles klar. Das, glaube ich, können wir mal knicken. Ich glaube, ich lass die einfach frei. Aber ich probiere das jetzt einfach mal noch so. Aber das wird nix bringen. Ne. Ne, das sucht ihr nicht. Puh, alter, dieser Scheiß-Vogel, alter. Ne. Puh. Echt so noch. Hier ist halt nochmal. Ne, ich ne, ich nehm jetzt einfach mal so... Ne, wenn wir einen mitnehmen, das bringt ja auch nix. Ja, nein, hab ich. Dann hat's funktioniert. Ah, okay. Ja, du musst dich da echt gegen die Wand laufen lassen. Ich nehm halt noch einen raus. Nimm du dir das Feld, du willst das brauchen. Ah, ja, okay. Du den nächsten. Hast du das Fleisch auch mitgenommen? Jawohl. Gleich ja auch vollkommen, ich kann mich wieder nicht aufnehmen. Ja, okay, hab ich schon. Wann nehm ich das Feld mit? Genau, passt. Wenn du es nicht mehr tragen kannst. Okay. So, einer fehlt noch. So, die fehlt noch. Ui. Die will wahrscheinlich jetzt aus Versehen rausbüchsen, ne? Ne. Bei mir büchsen. Bam. Okay, gut. Nächster Tipp an uns, wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Okay, das kann ich auch nicht mehr tragen. Craft irgendwas aus dem Hasenfeld. Wir müssen das Hasenfeld unbedingt mitnehmen. So, so ein Rockback oder so irgendwie. Oder Schuhe oder irgendwas. Ein Steinbeutel. Wie macht der denn? Ja, irgendwas. Ah ja, Steinbeutel. Vier Fällen oder so. Jo, hab ich. Okay, ich hätte wieder Platz. Also einmal voll. Haben wir noch voll? Da liegt noch eins rum. Getrocknet. Fresh. Getrocknet, getrocknet. Alter, okay. Die Hasen nehme ich jetzt einfach so mit. Wo ist da noch eins? Scheiße, das eine Flasche will ich mir nicht. Oh Gott, das ist... Wir können nicht einmal ins Baumhaus, Mann. Ich nehme halt jetzt so viel Essen mit, wie ich noch tragen kann. Sind die alle getrocknet, jawohl. Alle getrocknet. Der ist noch roh. Lassen wir halt hängen. So, was kann ich noch mitnehmen? Ich schaue gerade noch. Ich gehe gerade alles durch. Ich nehme gerade alles mit, was irgendwie... Ich kann dir dann was geben. Das ist kein Problem. Aber das will ich nicht da machen, wenn ich ehrlich bin. Nee, das passt schon nicht. Ich überlebe schon. Ich habe ja die Bären. Ist die Erdex, wo? Nein, der Erdex ist durch. Wo ich noch was froh ist. Rabbit. Gott, ey. Gott, natürlich war das der... Rabbit, der schon durch ist. Getrocknet, getrocknet, getrocknet. Alles getrocknet. Kannst du kein gewöhnliches Fleisch mehr tragen. Okay. Ganz ehrlich. Wir müssen hier weg. Oh, ja. Jetzt sofort. Lauf. Auch wenn wir hier wahrscheinlich nicht mehr so schnell herkommen. Lauf. Da drüben sind Gegner. Einfach ausweichen. Oh, Gott. Wir müssen jetzt einfach nur... Ich würde es einfach bloß auf den Schmiss rauf. Einfach nur... ...zu unserem Boot. So schnell wie fucking möglich. Jetzt wird es richtig arsch für uns. Ey, macht der unser Baum. Egal. Ich laufe einfach straight zu der blauen Flagge hin. Wo ist denn da die blaue eigentlich? Da, wo mein Name ist. Ich bin zwei Schritte hinter dir, aber... Ach, da ist er. Alles klar. Alter, jetzt. Jetzt wird es was. Ich höre irgendwelche Knochen. Scheiße. Oh, hier haben wir einen Teich. Genau. Rock up. Alter, ohne Spaß. Ja, jetzt sitzt du richtig kacke. Wenn die Babys schon kommen. Dann haben wir echt die Kacke am Dampfen. Okay, da ist unser Holzlager. Ich würde sagen, wir laden nicht so viele Holzdinger, die wir noch haben, ein. Also, das ist eine da. Ich komme dann so schnell wie möglich da rüber. Oh, ja. Okay, da haben wir gar keinen. Ja, ich habe das letzte noch mitgenommen. Ja, das ist klar. Aber ich meine, die sind hier auf dem Floß ja schon sicher, ja. Geht's? Der kann ja hier auch mit rauf, oder nicht? Ja, ja, der Fetter kann auch rauf bringen. Also, der, was vorhin mit den komischen Beinen da rumgejumpt ist. Und auf dem Floß müssen wir auch noch ein Wasser... äh, was? Ein Licht draufpacken. Ein Licht draufpacken, ja. Gerade aus. Aus jetzt. Alter, gut, dass wir die Insel als Base haben. Das war echt eine gute Idee, ja. Weil alles andere hat uns jetzt nichts mehr genutzt. So, passt. So, jetzt passt's. Ich nehme die zwei Baumstämme da noch mit. Achso. Pass mal, haben wir. Alter. Okay, erst einmal Trockenstand hier noch bauen. Der Typ zerfasst einfach und lasst vor dem Haus. Oh fuck, wir brauchen da noch drei Stöcke. Ah, nein, die habe ich. Ach, sehr gut. Wollte ich noch irgendwas Rohes einstecken? Hast du Fleisch? Ja, rohes Fleisch habe ich noch. Ja, das ist ja alles. Zwei Stücke. Boah, ey. Ich werde einfach bloß ein bisschen Feuer hier haben. Okay, gut. Das heißt... Einfach bloß Licht. Scheiße. Das heißt, die kleinen Fleischstücke kann ich gar nicht kochen oder was? Doch, da. Zack, zack. Ich habe mir mal ein bisschen Fleisch gemacht. Ohne Spaß, ich bin so froh, dass wir die Blockhütte gebaut haben. Also, es ist ja noch nicht fertig, aber wir sind sicher. Wir haben nicht mal die Hälfte. Scheiße. Also, stell dir mal vor, wir müssen da noch mal in die Hälfte scheiß Höhlen rein. Alter, ich komme immer noch nicht so ganz klar, dass der einfach BÄM unser Baumhaus zerstört hat. Mit einem Hit. Fuck. Fuck, ja. Wo brauchen wir noch Stöcker? Oh, ja. Ah, da unten brauchen wir noch Stöcker ist. Fertig. Da unsere Trockenfleischanlage. So, das erste Stück Fleisch ist fertig, das ist der zweite Viertorkel fertig, so. Das habe ich jetzt gerade schon gegessen. Ach so, passt. Passt, hat's alles ist weg. Ich schaue jetzt gerade noch durch, getrocknet, getrocknet, getrocknet. Weil ich könnte zwar eins noch auf ein, ach so, rohes, auch kleines, gewöhnliches, voll, das kann man nicht aufs, äh, spießen, oder wie? Was? Ähm, weil ich jetzt da kleines, gewöhnliches Fleisch habe. Das kannst du, das ist einfach nur eine andere Kategorie, du musst halt nur schauen, wie viel Fleisch du hast, an dem großen Brocken, ich glaube, da kann man vier maximal tragen, und dann halt das nächste sind dann halt die kleinen. Aber das kann ich nicht aufhängen. Nein, das kannst du nicht. Ah, okay. Habe ich schon probiert. Ich habe mal gerade noch eine Schildkürte. Ich habe noch Hunger. Boah, hei, die Witzka. Hä? Wie ein Pfeilkorb, Knochenkorb? Ja, da kannst du halt die ganzen Sachen drin lagern. Loil, ich habe gerade eine Schildkürte getötet und kein, es gibt eine Höhlenkarte. Loil, wir haben eine Höhlenkarte und keine Karte. Das sind auch die Urintelligenz-Bolzen. Äh, na so? Na ja, wenn du eben drückst, hast du eine Karte, ja, aber das ist eine Höhlenkarte. Decke mehr von der Höhlenkarte auf, während du sie erkundest. Du kannst sie dir jederzeit anschauen, indem du die Kartenpaste drückst. Das ist eine Höhlenkarte und keine normale Karte. Ich dachte mir schon, weil man zieht ja immer bloß ein bisschen was auf der Karte. Vor allem, wir haben bis jetzt einen Passagier gefunden von 43. Alter, wir müssen so schnell diese Scheiß-Lager fertig kriegen. Ohne Spaß jetzt. Es ist echt ein Scherz. Geil. Dann lacht er auch noch. K designers. Lacht er auch noch.